Sommer und Partystimmung in Rumänien. Über 100.000 Sonnenhungrige strömten an diesem Wochenende in Rumäniens Badeorte. Das ist der bisherige Besucherrekord in diesem Jahr. Auch hier in Efuri Nord am Schwarzen Meer war es voll. Bei Temperaturen von 30 Grad stellte sich gute Laune ein. Das ist hier ein bisschen schwieriger als im Fitnessstudio, aber wir haben Spaß. Wir sind in den Ferien. Eigentlich gilt in Rumänien an Stränden auch Abstandspflicht. Doch manche freuen sich, einfach mal ein bisschen rauszukommen. Es ist nett hier und wir sind froh, dass wir ein bisschen Abstand von Corona bekommen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt in Rumänien derzeit im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Außengastronomie ist uneingeschränkt geöffnet. Maskenpflicht gilt nur in geschlossenen öffentlichen Räumen. Abhängig von der Corona-Inzidenz können in einzelnen Orten aber Einschränkungen gemacht werden, wie etwa bei der Besucherzahl in Restaurants.